vielen dank für diesen wunderbaren applaus meine damen und herren und zum vierten mal herzlich willkommen zur traumhochzeit und diese sendung strahlt so viel wärme aus dass sie ihre heizung getrost ein paar grad runter drehen können und so leisten wir eigentlich einen romantischen beitrag zum energiespark programm wie dem auch sei die herzerwärmenden bilder unserer traumpaare vom antrag bis zum jahrwort möchten wir alle nicht mehr messen und darum ist hier gleich die erste überraschungsaktion die natürlich auch diesmal endet mit der traumfrage wirst du mich heiraten andrea ist 27 jahre alt und kommt aus hohenroda ganz in der nähe wohne auch die wilde herzbogen und mit den beiden wollte andrea ihrem herzilein reiner der als koch arbeitet endlich beweisen dass liebe nicht nur durch den magen sondern auch durch die küche geht медler und mit den buchten kreisANKLIR im mehrsatz ich bin ich bin verm- ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Rainer, als Andrea gefragt hat, wirst du mich heiraten, hast du eigentlich nicht sofort geantwortet. Hast du gedacht, ja, ich will noch ein bisschen überlegen oder warst du total platt? Was war es denn? Nee, das war in dem Moment alles zu viel für mich und ich wüsste gar nicht, was los ist. Und mir ist einfach die Sprache weggeblieben. Ja, also sie musste es zweimal fragen, aber dann hast du ja gesagt. Ja, dann habe ich gerne ja gesagt. Andrea, wieso diese zwei kleine Dickerchen als Geburtshilfe für eure Ehe? Also ich hatte mir für deinen Heiratsantrag für den Rainer überlegt, es muss was ganz, ganz, also eine ganz, ganz dicke Überraschung sein, aber die gleichzeitig herzig sein sollte. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich nur die Dicken mit ihrem Herz einnehmen. Ja, ganz toll. Und das Lied wirst du wohl nie vergessen. Ja, das wird mir sitzen bleiben. Wie habt ihr euch kennengelernt, Rainer? Ja, das war, Andrea hat in der Kneipe gearbeitet, in den Semesterferien, vier Wochen. Ja. Und wir haben uns gesehen, nicht gleich beachtet, erst beim zweiten, dritten Mal, da hat es dann gefunkt. Und das ist jetzt, wie lange her? Das sind circa dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Und Rainer, ist Koch, kannst du genauso gut kochen? Nein. Nein? Nein. Überhaupt nicht? Doch, ich koche bei uns, also die Eier koche ich und die Wäsche koche ich, aber das war's. Die Eier und die Wäsche. Dann würde ich ihn auch ganz stark machen. Ja, also Sito nimmt dich mit für das erste Spiel, Andrea. Und Rainer, komm bitte mit mir zum Monitor, dann spielen wir das Gesichtsspiel. Und man sagt ja oft, man erkennt das Gesicht seiner Freundin aus tausenden von Gesichtern. Aber bei diesem Spiel sind vier manchmal schon zu viel. Aber wir zeigen erstmal ein schönes Foto von Andrea. Und dann kommen gleich für dich vier Münder und nur ein Mund ist von Andrea. Und die Frage ist natürlich, welche. Wenn du das richtig machst, hast du zehn Punkte verdient. Welcher Mund ist also von Andrea? Schau gut hin. Überleg gut. Aber auch nicht zu lange. Die Nummer zwei. Die Nummer zwei. Mund Nummer zwei. Du zögerst ein bisschen. Ja, das sieht man. Das ist schlecht. Und dann die Nase. Auch alle ganz ähnlich. Aber welche Nase gehört Andrea? Sie schaut da gespannt zu. Schwierig. Müsste auch die zwei sein. Die Nummer zwei. Nase Nummer zwei. Eine sehr gerade Nase. Ja. Und dann nur noch die Augen und dann ist Andreas Gesicht komplett. Welches Augenpaar gehört Andrea? Nummer drei. Augenpaar Nummer drei. Dankeschön, Rainer. Das war ganz schwierig, nicht? Ja, das ist nicht so einfach. Okay, und Andrea, komm bitte rüber. Und? Ich glaube, die Augen, die kommen nicht so hin. Nein, die Augen sind anders. Wir drehen uns mal um und dann können wir das kontrollieren. Dann können wir das vergleichen mit dem echten Foto von dir. Ja, ich glaube, dass du recht hast mit den Augen. Aber wir fragen es den Computer. Es sieht alles so ähnlich aus. Der Mund, war der Mund richtig, Computer? Jawohl, zehn Punkte. Klasse. Die Nase sieht auch ganz gut aus. War die richtig? Jawohl, zwanzig Punkte. Aber dann die Augen, das scheint am einfachsten, aber ist es wirklich nicht. Sind die Augen richtig? Haben auch ein wenig andere Farbe. Also zwanzig Punkte insgesamt. Das erste Ergebnis bei der Traumhochzeit für Rainer und Andrea, meine Damen und Herren. Bis gleich. Ja, und wir, meine Damen und Herren, sehen uns nachher wieder. Hey, ich hab was ganz Neues für dich. Eine Maus? Eine Supermaus. Oh. Oh, das könnte ich stundenlang spielen. Mach doch. Aber ich hab ne bessere Idee. Ballzeit. Aktive Katzen lieben die gesunde Ernährungsbalance aus Protein, Mineralien und Vitaminen. Okay, okay. Hör damit. Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch. Kitty Kat. Geschmeidig schönes Haar fängt mit gesunder Kopfhaut ab. Timothée Honig hat eine intensive Honigrezeptur für strapaziertes Haar. Es beruhigt die Kopfhaut und nährt das Haar. Timothée Honig. Gut zur Kopfhaut pflegt strapaziertes Haar natürlich schön. Coca-Cola Light schmeckt einfach hinreißend. Und das bei nur einer einzigen Kalorie. Der Geschmack von Coca-Cola Light ist eben eine Klasse für sich. Coca-Cola Light. Die neuen Kleenex Kosmetiktücher. Extra weich, extra fest, extra schön. Gibt's jetzt auch zu kaufen. Wenn Ihr Rücken verspannt ist und Sie sich nicht mehr drehen und wenden können, wenn Ihre Muskeln und Gelenke schmerzen, dann hilft Mobilat. Rasch und nachhaltig. Hochwirksame Arzneistoffe wirken tief im geschädigten Gewebe. Mobilat lindert die Schmerzen. Muskeln und Gelenke werden wieder beweglich. Mobilat aus Ihrer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Möbel. Ab Seite 774 im neuen Bauerkatalog. Bauerversand. Einer für alles. So ist das eben mit Pomme, diesem neuen bärenstarken Kartoffelsnack. Man macht sich eine Tüte auf, freut sich auf viele knusperzarte Erlebnisse. Und dann? Tja dann, dann ist man froh, dass man noch eine Tüte hat. Pombeer von Wolf Bergstraße. Der erste Wolf, der backen kann. Meine Dauerwelle. Meine Dauerwelle. Schön wie am ersten Tag. Genauso glänzend, genauso elastisch, voll Volumen. Wie ich das mache. Mit Energonz Sprungkraftbalsam. Energonz Sprungkraftbalsam von L'Oreal. Die patentierte Formel für dauergewähltes Haar. Energonz pflegt sanft und gibt der Dauerwelle neue Sprungkraft. Meine Dauerwelle war noch nie so lange so schön. Energonz von L'Oreal. Pflege und Sprungkraft für dauergewähltes Haar. Colombo. Am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL Plus. Manuela ist 19 Jahre alt und wohnt in Eschwege. Und dort arbeitet auch ihr Freund Matthias, 27, aus Becker. Matthias wurde von seinem Chef mit dem Firmenwagen losgeschickt und von Manuela geradewegs in eine Polizeikontrolle gelockt. Der hat heute normal frei bekommen oder frei bekommen? Ja, halt normal frei. Montags hat er normal frei. Als Becker? Ja, weil er Samstag arbeitet. Wo ist er jetzt ungefähr? Er kommt jetzt rein auf die große Kreuzung und sitzt dann nach links ab auf die Bundesstraße. Ja, nee, er ist ja jetzt noch größer. Also er wäre ungefähr bei 1,6,9 ist man schon hier. Ah, 1,3,0. Oh Gott, wenn jetzt einer mein Herz fühlen könnte. Achtung, er kommt, er setzt aus Eschwege raus. Er ist gleich da. Guten Tag, Verkehrs- und Alkoholkontrolle. Steinen Sie bitte mal aus. Machen wir mal die Türe zu. Hetzt doch mal bitte. So, kennen Sie das Verfahren? Nee. Also, Sie blasen jetzt in dieses Röhrchen hier rein, mit einem Zuge, dass sich der Beutel prall füllt. Ja? Reif dich reinblasen. Ganz kräftig. So, danke. Aha. Guck mal hier. Na, Sie haben sich aber gefärbt. Schauen Sie mal hier. Das heißt, Sie haben gestern Abend ein Glas reingetrunken. Und sind wir da? Wie grün sich das gefärbt hat? Herr Anders. Lieber Matthias, leider liegt mir nichts anderes übrig, als dich verraten zu lassen. Und weil ich dich so sehr liebe, frage ich dich jetzt und hier vor den Augen des Gesetzes. Willst du mich heiraten? Ja. Und hier sind Matthias Anders und Mariela Ries aus Eschwege. Hallo, Mariela. Hallo, Matthias. War das nicht super? Ja, es war fantastisch. Und du hast gesagt, wenn jetzt jemand mein Herz klüpfen hören könnte, warst du so nervös? Ja, also eigentlich war ich gar nicht nervös. Nur wie ich dann die Funksprüche gehört habe und es war so eine halbe Stunde vorher, da habe ich gesagt, du überlebst es nicht. Das war das allerletzte Mal. Du hast es überlegt. Ja, Gott sei Dank. Und was du für ein Gesicht gemacht hast, als der Polizist gesagt hat, sie haben zu viel getrunken. Ja, man ist doch schon sehr überrascht. Ja, wie spät war es eigentlich? 14 Uhr war es, ja. Also mittags. Mittags, ja. Und du hattest vorher ein Glas Wein getrunken? Ja, das wurde von der Familie schon so arrangiert, dass ich auf jeden Fall ein Glas Wein vorher bringe. Also normalerweise trinkst du nicht, oder? Nein. Wie die beiden einander kennengelernt haben, meine Damen und Herren, das wäre eine schöne Folge für die Schwarzwaldklinik, nicht? Erzähl doch mal. Ja, eigentlich kannten wir uns schon länger, so als gute Freunde eben, nur eines Tages baute der Matthias einen Autounfall und wir fuhren durch Zufall da lang, weil wir zu meinem Bruder ins Krankenhaus wollten. Und mein Vater machte also etwas, was er normal nie macht, der fuhr hinterher. Ja. Und ich sah das Auto von Matthias und bekamen auf einmal wahnsinnige Heulkrämpfe und da ist der Funk wohl übergesprungen, nehme ich an. Und dann hat sie dich im Krankenhaus besucht, oder was? Ja, sie kam jeden Tag regelmäßig, kann man sagen, ja. Und wie lange hat es gedauert, bis es gefunkt hat? Ähm, drei Monate. Drei Monate. Und du bist jeden Tag zu ihm gekommen? Ja, ich hab mich locker gelassen. Aber du bist erst 19 Jahren und du bist dir so ganz sicher, hm? Ja, doch, ich glaube, ich kann keinen besseren kriegen. Du wirst dich überhaupt nicht mehr umschauen? Gut, dann spielen wir jetzt das erste Spiel. Es sieht, er nimmt dich mit, setzt dich auf den Hockey und Matthias, du bleibst bitte bei mir. Dann spielen wir das Gesichtsspiel. Ja. Ihr kennt einander schon seit fünf Jahren? Viereinhalb. Viereinhalb, ja, also du hast ja reichlich Zeit gehabt, dir Manuela ins Gesicht einzubringen. Ja. Und jetzt zeigen wir ein Foto von Manuela, das siehst du nicht, dann wird es zu leicht. Aber du siehst gleich vier Münder und wenn du den richtigen rauspickst, hast du zehn Punkte verdient. Ja. Und da kommen die Münder schon. Vier Stück. Ganz schwierig. Nummer... Schwierig. Ja. Nummer eins. Mund Nummer eins. Und dann die Nasen. Sie schüttelt den Kopf da. Nummer zwei. Nase Nummer zwei. Und dann noch die Augen. Vier paar sehr schöne Augen. Schwierig. Ich würde sagen, ich würde sagen, Nummer eins. Nummer eins. Augenpaar Nummer eins. Dankeschön, Matthias. Und Manuela, komm bitte zu uns. Und ich hoffe, es klappt in Zukunft besser. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Wir drehen uns um und dann schauen wir mal und vergleichen das mit dem echten Foto von dir. Na, das ist doch nicht so schlecht. Ja, die Zähne sind schon ein bisschen anders. Aber wir fragen es jetzt den Computer. War der Mund richtig? Leider nicht. Aber es sieht so ähnlich aus. Ich kann schon verstehen, dass du den gewählt hast. Und die Nase. War die Nase richtig? Jawohl. Zehn Punkte für die Nase. Und dann nur noch die Augen. Waren die Augen richtig? Jawohl. 20 Punkte. Also auch überhaupt nicht schlecht gemacht, Matthias. Und ihr könnt euch jetzt vorbereiten auf die Liebesduetten. Bis gleich. Matthias und Manuela. Ja, das ist doch nicht so schlecht. Andrea und René sind 20 und 24 Jahre alt. Und kommen aus Köln. Und Renés größter Wunsch war es schon immer einmal bei der RTL Plus Show. Der Preis ist heiß dabei zu sein. Aber Andrea erfüllt eben nicht nur diesen Wunsch. Denn mein Kollege Harry Weinfurt hatte für René einen ganz besonders heißen Preis. Und hier ist sie wieder. Die Show der fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt wieder heißt, der Preis ist heiß. Und Sie sind hier wieder richtig bei der Preis ist heiß. Walter, ich brauche einen neuen Mitspieler. Und das ist René Karsunke. René, Sie sind dabei. Hallo René, herzlich willkommen am Rathepuls und alle vier gut aufgepasst. Hier kommt Ihr Preis. Ein neuer Discman. Noch denkt René, er braucht nur Glück, um zu gewinnen. Aber Sie werden es schon ahnen, liebe Zuschauer. Egal welchen Tipp René jetzt gleich abgeben wird, er wird natürlich auf keinen Fall überbieten. Denn ausnahmsweise weiß Harry diesmal schon vorher, wer zu ihm auf die Bühne kommen wird. René, Sie dürfen gleich anfangen. Was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis? 345. Sabrina, was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis? 320. Und Magdalena? 250. Und was glauben Sie, Michael? 298. Und der von uns gesuchte Preis ist 348 Mark und dann sind Sie, René. Kommen Sie zu mir. Hallo René. René, sagen Sie uns bitte, wo Sie herkommen? Aus Köln. Sind Sie alleine gekommen? Nein, mit meinen Fans. Mit Ihren Fans, wo sind denn die? Oh, die sitzen schon da? Prima. Sagen Sie mal, René, sind Sie verheiratet? Nein. Sie sagen so, nein. Haben Sie eine Freundin? Ja. Sind Sie eigentlich neugierig, was Sie gewinnen können? Ja, sicher. Kommen Sie doch einfach mal mit. Kommen Sie mal mit, wir gehen rüber zum Tor. Kommen Sie ruhig mit. Keine Hemmungen. Und jetzt, Walter, möchte ich von dir wissen, was kann René jetzt gewinnen? Eine nagelneue Braut! Tja, mein Schatz, ich bin heute Abend dein Hauptgewinn und wir sind jetzt schon viereinhalb Jahre zusammen und ich liebe dich so sehr mit zum Heiraten. Wir sind Andrea Melchior und René Karlsrufe aus Köln. Super, nicht? So rührend und du hast ja so lieb ja gesagt, René. Auch ein bisschen gerührt, hm? Und wie? Zum ersten Mal, dass du den Heiratsantrag gesehen hast und wie fandest du es? Einmalig. Ja. Es war eine Überraschung ohnegleichen. Was hast du denn eigentlich gedacht, als diese Tür sich eröffnete? Ja, ich habe sie im ersten Moment gar nicht erkannt, weil sie war so stark geschminkt und hatte so viel Tüll auf dem Kopf. Ja. Ich dachte, ich hätte ein Brautkleid gewonnen. Aber dann, naja, dann war es doch klar, dass es ein Heiratsantrag war natürlich. Wie hast du ihn dazu gebracht, von Köln aus nach München zu fahren ohne dich, Andrea? Ja, wir haben das über meine Schwester laufen lassen. Sie hat gesagt, sie hatte Karten besorgt zu der Preis des Heils. Ja. Und dann hat sie gesagt, kommt doch mit und so, wir haben noch zwei Plätze. Und dann waren wir auch ganz begeistert. Aha. Und dann habe ich gesagt, nee, René, ich kann gar nicht, aber am Samstag Prüfungsvorbereitungskurs, das geht nicht. Wir haben schon alle gedacht, nee, der sagt jetzt auch, ich komme nicht mit, ne? Aha. Aber er war so, ja, er wollte unbedingt mitfahren. Ja, natürlich. Es hat auch Spaß gemacht, da. Das ist mega. Mit allen Fans dabei. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt, René? Das war in Köln, Weiberfassnacht, in einer Diskothek. Aha. Ich war mit einem Arbeitskollegen da. Und hat sie dir die Krawatte abgeschnitten? Nein, nein. Nein? Das nicht. Und zufälligerweise war mein Arbeitskollege ihr früherer Ex-Freund. Ja. Und sie hatte am Anfang wohl nur Augen für ihn. Und im Laufe des Abends sind wir uns dann näher gekommen, ja. Ach klar. Und jetzt vielleicht heute Abend schon eine Hochzeit, Andrea? Ja. Du wirst es wirklich? Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann spielen wir das erste Spiel mit den beiden. Cito nimmt dich mit. Und René, du bleibst bitte bei mir. Zum dritten Mal das Gesichtsspiel. Und du kennst Andrea natürlich bis ins Detail. Jede Kurvung, jede Runde. Ich hoffe. Wir schauen jetzt erst mal das Foto an. Also wer nicht? Denn dann wird es so einfach. Aber die Zuschauer zu Hause können dann vielleicht mitmachen. Und dann sehen wir vier Münder. Und welcher Mund ist Andreas? Das ist jetzt die Frage. Nummer eins. Nummer eins. Ganz schnell. Du bist dir ganz sicher, hm? Ja. Und dann die Nasen. Vier kleine Näschen. Welches gehört Andrea? Nummer vier. Nase Nummer vier. Und dann nur noch die Augen. Es geht ja wahnsinnig schnell bei dir. Schwierig, hm? Ja. Ja. Die Junge drei. Nummer drei. Augenpaar Nummer drei. Dankeschön, René. Und Andrea, komm bitte rauf. Oh, oh. Und? Was sieht denn nach dem Nocchio aus? Nach dem Nocchio? Das muss ich auch mal sehen. Und schauen wir mal. Wir vergleichen. Ist das also die Frau, die du heiraten wirst, René? Bestimmt nicht, nein. Die andere ist viel schöner, doch. Ja. Na ja. Ich glaube, dass der Mund schon richtig ist, oder? Wir fragen jetzt den Computer jetzt. War der Mund richtig? Ja. Und dann die Nase. Sie hat gesagt, Pinocchio, das sehe ich nicht. Aber wir fragen jetzt den Computer, war die Nase richtig? Leider. Aber ein bisschen langer, länger. Und die Augen, waren die Augen richtig? Auch nicht. Ach, das tut mir leid. Aber Liebe macht blind. Das wissen wir alle. Und er ist natürlich auch noch ganz nervös und erkennt man die eigene Mutter auch nicht. Also es ist wirklich kein Problem. Er hat noch nichts zu sagen. Wir machen jetzt das Liebesdouettenspiel und wir sehen uns gleich. Okay? Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben. Also hier kommt der Zwischenstand. Zehn Punkte für Andrea und René. Und Matthias und Manuela und Andrea und Rainer haben alle 20 Punkte verdient. Ja, jeder Mensch kann sich wunderbar verlieben. Aber nicht jeder verliebte Mensch kann wunderbar singen. Aber das macht nichts, weil es nur um die romantische Ausstrahlung geht bei den Liebesdouetten, die unsere Traumpaare gleich singen werden. Was die Wildecker Herzbogen in Reines Küche konnten, können Andrea und Rainer hier im Studio schon lernen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielleicht gehen die beiden heute Abend noch zum Standesamt, wer weiß. Er gibt gerne Gas, aber sie hält Maß. Und das ist vielleicht der Schlüssel zum Glück bei Matthias und Manuela. Und ihr Liebesdouetten heißt Lucky Lips. Ich bin wild auf deine Torten, doch noch viel mehr lieb ich dich. Drum wollte ich nicht länger warten, bis du fragst, das war ja auch nicht nötig, denn du kommst mir ja zuvor. Mit Polizeischutz führst du mir deine Liebe. Und dein Liebesbäckerei. 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 Ja, auch in der Liebe ist die Polizei dein Freund und Helfer. Und ich hab eigentlich dummerweise immer gedacht, Leute aus Köln kennen nur kölschische Gefühle. Aber Andrea und René haben nebenbei auch noch dieses Bacardi-Feeling. Ich war bei der Preis ist heiß und gewann den Superpreis. Mir habt ihr mich angeschaut, wieder bist als Preis gebraut. Haben wir auch heute Glück, wir haben hier getraut zurück. Was kann schöner sein als Preis, du und ich mitbringen? Lass über singen, macht uns sehr viel Spaß. Lass über singen, wer hat so viel Glück gehabt wie wir? Singen kann ich nicht so gut, beim Tanzen hab ich viel mehr Mut. In der Disco trafst du mich und lief mich nimmer mehr im Stich. Von da an liebten wir uns heiß, was seit heute jeder weiß. Ob es mit der Trauung klappt, werden wir noch sehen. Lass über singen, macht uns sehr viel Spaß. Lass über singen, wer hat so viel Glück gehabt wie wir? Lass über singen, macht uns sehr viel Spaß. Lass nicht in die Sendung hier, 완성. Du wirst wie quat jeder Mann, ein Kinderzimmer, lieben alle. Was hier und heute zählt, ist das Mann uns erst ver exploren. Denn wir lieben uns so sehr und wollen nicht mehr warten. Darüber singen, macht uns sehr viel Spaß. Darüber singen, wer hat so viel Glück gehabt wie ihr. Wer hat so viel Glück gehabt wie ihr. Rainer, ich kann dir ansehen, dass du denkst, ich bin ja froh, dass ich das hinter mir habe. Ja, das war sehr anstrengend. Aber es hat doch Spaß gemacht, das mal so zu machen. Ja, doch. Ja, vor einem großen Publikum, ganz begeistert auch von eurem Auftritt. Und Matthias, wie ging es bei euch? Man ist sehr nervös vorher, aber wenn man dabei ist, dann geht es dann. Ja, und das Publikum war so begeisternd. Und Andrea, du hast ja eine tolle Stimme, wusstest du das? Es geht so. Nein, du klingst ein bisschen wie Nena mit dem Luftballon. Genau so. Aber gut, jetzt kommt also dieser Moment, das ich wirklich nie toll finde. Man weiß, nach den romantischen Liebesdewerten kommt der graue Alltag. Das Punkte zählen auf uns zu. Ein Paar wird uns verlassen müssen. Und ich wüsste wirklich nicht, welches. Aber die Jury wird es wohl wissen. Und ich bitte Sie jetzt, uns alle zu erlösen. Liebe Jurymitglieder, halten Sie bitte Ihre Stimmkästchen mit den drei Knöpfen bereit. Und wenn Sie Andrea und Rainer hier Ihre Stimme geben, dann drücken Sie bitte nachher Knopf A. Für Manuela und Matthias und Lucky Lips, Knopf B. Und für Andrea und René und Bacardi Feeling, Knopf C. Welches Paar hatte für Sie die grösste romantische Ausstrahlung? Bitte drücken Sie jetzt den entsprechenden Knopf und wir stehen hier Arm in Arm. Und wer auch immer ausscheiden muss, es war wirklich schön mit euch. Traumhochzeit! Totalstand 42 für Andrea und Rainer, 51 für Matthias und Manuela und Andrea und René. Und das heißt, dass Andrea und René und Matthias und Manuela sich vorbereiten können auf die nächste Runde. Ja, gratuliert! Es tut mir leid. Ich kann es leider nicht ändern, so sind die Spielregeln. Es hätte auch anders kommen können. Aber jetzt könnt ihr auf der Tribüne ganz relaxed noch zugucken, was die anderen noch alles durchmachen müssen. Und geheiratet wird natürlich sowieso. Ja, das wird. Wann denn, Andrea? Am 29. Februar. Ach, es ist ein Schadjahr heute. Dieses Jahr war nicht 1992. Ja, das stimmt. Also das heißt, dann könnt ihr ja nie 25 Jahre verheiratet sein. Ja doch, wenn wir 100 Jahre verheiraten, können wir... Dann ist man 25 Jahre verheiratet. Ach so. Aber dann braucht ihr für diesen 29. Februar natürlich ganz schöne Kleidung und Ringen. Und alles haben wir für euch im Hochzeitspavillon. Kommt doch mit. Oh, schön. Schau doch mal, wie schön. Ja. Eure Ringe da, eure goldene Trauringe und eine herrliche, frische Hochzeitstorte zum Hochzeitstermin. Und du hast ja wirklich ein zauberhaftes Kleid ausgesucht, Andrea. Und gefällt es dir, Rainer? Ja, schön. Ach, diese Perlen. Wunder, wunderschön. Ein Satellenkleid für dich. Ja. Und einen schwarzen Anzug für dich, Rainer. Ach, wenn er sowas trägt, dann soll es ihn gut fasst. Ja. Und wir haben natürlich noch einen extra Trostpreis für die beiden. Und was das ist, das sehen wir jetzt. Als romantisches Trostpflaster verbringen sie vier Tage im herrlichen Chiemgau in Bad Aibling. Traumhochzeit hat im Hotel St. Georg ein komfortables Doppelzimmer mit Halbpension reserviert. Entspannen sie im hauseigenen Hallenbad und genießen sie das abwechslungsreiche Freizeitangebot. Na, da kann man es aushalten, nicht? Und noch ein sehr schönes Braunkofest für dich, Andrea. Danke, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Ich würde mein wahnsinnig viel Glück am 29. Februar. Wir verabschieden uns von diesem sehr, sehr sportiven Verlierer. Andrea und Rainer, meine Damen und Herren. Tschüss. Ach, wie schade. Und liebe Zuschauer, schön, dass Sie bei uns bleiben, denn beim nächsten Spiel sehen Sie gleich alles Doppelzimmer. Woran erkennt man die zartesten Pralinen? An der zarten Füllung der zarten Milker Alpmilchschokolade und der zarten Herzform. Der neue weiße Riese Kompakt. Ein echtes Kraftpaket im Test. Schmutz und Flecken. Flecken und Schmutz. Tausendfach. Ein Test für jedes Waschmittel. Ein Fest für den weißen Riesenkompakt. Der wäscht weiter und weiter und noch weiter. Der neue weiße Riese Kompakt. Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. Dies ist Alfons Schubeck, Deutschlands Koch des Jahres. Absolute Frische und Spitzenqualität sind für ihn unverzichtbar. Aber gerade ein Meisterkoch braucht auch mal was Deftiges zum Reinbeißen. Den ganzen Tag die raffiniertesten Schmankern und jetzt Fleischwurst von Hertha? Ja, eben. Hertha, so einfach sind die kleinen Freuden. Äh, ein Autogramm? Kisses. Kim und Golden Lady. Gerold Steiner, stille Quelle. Still mit viel Charakter. Unox ist gehörnlos. Unox ist Geschmack. Unox Qualität. Gutes nach Art des Hauses. Die heiße Tasse von Unox. Unox. Gutes nach Art des Hauses. Du kannst mit Stark an jedem Tag die Wunder dieser Welt erleben. Mit Starkbonbons so oft du willst in süße, ferne Welten schweben. Mit Starkbonbons so wunderbar ist diese Welt zum Treifen nah. Wunderbare Starkbonbons. Informiert in den Tag. Mit Guten Morgen Deutschland. Dem Frühmagazin von RTL Plus. Montag bis Freitag ab 6 Uhr. Live aus Berlin. Ja, für die rührendsten und die witzigsten Momente bei einer Hochzeit sorgen immer wieder die Brautkinder. Denn so nennt man die süßen Fratze, die wie Engelchen aussehen, bis sie sich irgendwann gegenseitig die Schlagsahne in die Haare schmieren. Um euch schon mal ein bisschen einzustimmen auf das große Ereignis spielen wir ein Memory-Spiel und dabei geht es um diese acht süße Minipaare. Ah, schau doch mal. So goldig, eh? Ah, zwei kleine blonde Sträuchel. Ah, sie sind alle so klein. Er ist drei Jahre alt. Ah, sie sind alle so klein. Ah, sie sind alle so klein. Ah, sie sind alle so klein. So nie werigt. Oh, super. Und da kommen wieder zwei. Alle Zwillige sehen sich alle zum Verwechseln ähnlich. Oh, wie schick man. Wow! Und dann die Allerkleinsten. Die sind so klein, die können doch nicht alleine. Manuela hat gesagt, ist das nicht süß? Also wäre es was für euch, Zwillinge? Veranlagung dazu habe ich schon, ja. Es ist in der Familie also? Ja, von beiden Seiten. Ah, ihr habt also eine Riesenchance. Ja, sehr gut. Und habt ihr schon darüber nachgedacht, ob ihr Kinder wollt oder nicht? Und wie viele? Zwei Stück. Klingt gut. Aber jetzt das Memory-Spiel. Jedes Kind hat sich jetzt hinter einem Vorhang versteckt, wie wir jetzt hören können. Und eure Aufgabe lautet, bringt die Zwillinge so schnell wie möglich zusammen. Und wer dran ist, darf zwei Vorhängen eröffnen. Und sind es Zwillinge, dann habt ihr 20 Punkte verdient und dürft ihr auch weitermachen. Wenn es keine Zwillinge sind, sind die anderen dran. Es ist also ganz einfach eigentlich. Ihr braucht nur viel Konzentration, ein gutes Gedächtnis auch. Und wir fangen jetzt an mit dem zurückliegenden Paar. Und das ist in diesem Fall Matthias und Manuela. Also, ihr seid jetzt dran. Toi, toi, toi. Welcher Vorhang dürfen wir für dich öffnen? Nummer eins. Die Nummer eins. Warum auch nicht? Nummer eins. Ah, hallo. Es sind übrigens holländische Zwillinge. Also, ab und zu müssen sie ein bisschen holländisch reden, sonst bestehen sie mich nicht. Und welcher Vorhang noch mehr? Elf. Nummer elf. Die Nummer elf, bitte. Ist das Ihre Schwester? Nein. Leider nicht. Dankeschön. Dankjewel. Und jetzt sind René und Andrea dran. Die Nummer drei. Die Nummer drei. Hallo. Und die... Das sieht schön aus. Und die Nummer sieben. Und die Nummer sieben. Ah. Bitte nicht vorsagen dem Publikum. Jetzt sind wieder Matthias und Manuela dran. Aber erst schließen wir die Vorhänge wieder. Die gehen wieder zu. Bitte die Nummer drei auch. Und dann fragen wir Matthias und Manuela. Habt ihr gut aufgepasst? Ja. Die Nummer eins nochmal. Die Nummer eins nochmal. Und die Nummer sieben. Und die Nummer sieben. Jawohl. 20 Punkte für Manuela und Matthias. Dankeschön. Und ihr dürft weitermachen. Die Nummer 16. Nummer 16. Ja. Und die Nummer... 10. Und die Nummer 10. Ist das sein Bruder? Nein. Dankeschön. Nicht richtig. Nummer 10, Nummer 16. Dann seid ihr wieder dran, Andrea und René. Die Nummer 2. Die Nummer 2. Ah, hallo. Hallo. 2 ist... 2? Gut so. Und? Die Nummer 12. Und die Nummer 12. Ist das sein Bruder? Das wäre reine Glücks... Der hat sich einfach gesetzt. Der war schon müde. Tschüss. Tschüss. Und Matthias und Manuela. Die Nummer 14. Nummer 14. Die Nummer 14. Das ist Cito. Und ich habe gerade gehört, das ganz kleine blonde Junge hat sich ein bisschen unwohl gefühlt. Da hat er ein bisschen Angst. Also Cito sitzt da im Stadt, diese kleine blonde Junge. Oh, welcher blonde Junge? Die ganz kleine mit den roten Hosen. Mit den roten Hosen? Ja. War aber noch nicht, ne? War noch nicht. Nein. Nummer 8. Nummer 8. Nein. Also leider hat es nicht geklappt. Die können wir zu. Und Andrea und René jetzt. Die 10. Die Nummer 10. Und die Nummer 8. Und die Nummer 8. Und das ist richtig. Jawohl. 20 Punkte für Andrea und René. Und ihr dürft weitermachen. Die Nummer 15. Nummer 15. Ach, wie hübsch. Eine Prinzessin da. Mit? Und die Nummer 5. Nummer 5. Nein, aber der kommt bekannt vor, nicht? Manuela und Matthias, bitte nicht vorsagen. Ja. Sag du zuerst. Ja. Die Nummer 5. Die Nummer 5 wieder. Nummer 5, bitte. Die Nummer 16. Und die Nummer 16. Und das ist richtig. 20 Punkte für euch. Nummer 10. Und ihr dürft weitermachen, Manuela. Die Nummer 13. Die Nummer 13. Ah. Kleine Warte. Hallo. Die Nummer 2. Und die Nummer 2. Ja. Die würde ich als Sohn mit nach Hause nennen. Die sind ja so süß. 20 Punkte wieder für Manuela und Matthias. Und ihr dürft weitermachen. Die Nummer 9. Die Nummer 9. Und die Nummer 12. Wer hat sich gerade umgedreht. Und die Nummer 12. Und die Nummer 12. Und die Nummer 12. Ist das richtig? Ja. Das sind ja richtige Zwillinge. Die machen alles das Gleiche. Also 24 Punkte für Manuela und Matthias. Und mach jetzt weiter. Mach keinen Fehler mehr. Die Nummer 3. Die Nummer 3. Die Nummer 3. Ja. Die kleine. Wo war die hier unten? Haben wir sie, Lieberts? Welche? Und jetzt ist es wichtig. 15. Nummer 15. Nein. Nein. Leider. Also das heißt, dass René und Andrea, wenn ihr gut aufgepasst habt, jetzt das Spiel beenden können. Die Nummer 6. Nummer 6. Und? Und die Nummer 3. Und die Nummer 3. Ja, das ist richtig. 20 Punkte. Klasse. Und dann? Die Nummer 4. Die Nummer 4. Und die Nummer 15. Und die Nummer 15. Ach, 20 Punkte für euch. Und dann sind die letzten 20 natürlich auch für euch. Das muss dann auch so der Cito sein. Nummer 14 mit Nummer 11. Ja. Und ich bedanke mich bei den Zwillingen. Ihr habt es wirklich fantastisch gemacht. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie viele Punkte ihr ergattet habt in diesem Spiel. Und das sehen wir jetzt auf der Hochzeitstortentafel. Darf ich das jetzt bitte sehen? Ja, 51, 57 war der Stand nach den Liebestwetten. Und wie viele Punkte kommen jetzt? 80, 80. Beide gleich. Ah, das wird ja spannend. Und das heißt für den Totalstand 131 für Matthias und Manuela. Und Andrea und René führen mit 137 Punkten. Ganz knapp. Bei uns bilden ein Mann und eine Frau ein Ehepaar. Aber es gibt auch in dieser modernen Zeit Männer, die am liebsten einen Haaren voller Damen hätten. Obwohl sie es nie zugeben würden natürlich. Eine um ihnen den Rücken zu waschen, eine für die Nacht, eine für die Kinder, eine für die Küche. Aber Männer, die davon träumen, muss ich warnen. Es kostet nämlich wahnsinnig viel Geld. Es macht unheimlich dick. Und irgendwann kommt der Tag, an dem sie sich gegen euch wenden. Und dann gibt es nichts mehr zu lachen. Mein Gast in unserem Haar ist Gerard Joling, den Sie vielleicht noch kennen von seinem Hit No More Boleros. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ihr habt jetzt sechs Lämpchen und das heißt, dass Andrea und René jetzt wieder führen. Aber die nächste Frage ist für Manuela und Matthias. Was alles liegt bei einem jungen, verliebten Paar neben dem Bett rum? Fünf. Fünf. Ihr sagt fünf und was sagen Andrea und René? Bietet ihr sechs oder passt ihr? Nein, wir passen. Ihr passt. Dann ist die Frage für Manuela und Matthias. Was alles liegt bei einem jungen, verliebten Paar neben dem Bett rum? Die Zeit läuft jetzt. Champagner? Sektflasche, ja. Kerzen? Nein. Sektgläser? Nein. Stereoanlage? Na, äh, heiß. Romantische Musik? Ja, Schauplatte, CD, ja. Kondome? Nein. Pille. Die Pille. Handtücher? Handtücher, nein. Man ist verliebt. Was liegt neben dem Bett? Blumen. Blumen, nein. Man bleibt den ganzen Tag im Bett. Was macht man? Essen. Trinken. Kleidung. Was für Kleidung? Jesus. Was für Kleidung? Unterwäsche. Unterwäsche, ja. Ihr hättet noch sagen können, Zeitungen, Bücher, Zigaretten, Schachtel, Unterwäsche, hast du gesagt, Schuhe, Hose, aber leider es hat nicht geklappt. Euer Einsatz von fünf Lämpchen geht an Andrea und René und ihr habt jetzt elf Lämpchen. Aber das hat noch nichts zu sagen. Alles kann sich noch ändern in diesem Spiel. Die nächste Frage ist für Andrea und René, es sei denn, dass die anderen überbieten natürlich. Welche Hausarbeiten machen Männer ganz besonders ungern? Wie viele von den zehn Antworten glaubt ihr zu wissen? Welche Hausarbeiten? Überleg schon mal, Manuela und Matthias, was ihr jetzt macht. Fünf. Ihr sagt fünf. Und was machen Manuela und Matthias? Sagen die, das ist eine leichte Frage, wir machen sechs oder? Sechs. Ihr macht sechs. Ja? Okay. Also, du weißt ja, was du nicht gern machst. Wenn das klappt, ist es elf Lämpchen gegen elf. Aber wenn es nicht klappt, haben Andrea und René schon 17. Also, sechs für Manuela und Matthias. Welche Hausarbeiten machen Männer ganz besonders ungern? Die Zeit läuft jetzt. Kinder wickeln. Nein. Abwaschen. Ja. Geschirrspunknen. Nein. Fenster putzen. Ja, Fenster putzen. Staub putzen. Staub, ja. Wäsche aufhängen. Wäsche waschen. Ja, Wäsche waschen. Den Boden wischen. Ja, Boden wischen. Aufräumen. Äh, nein. Noch ein. Bügeln. Wie bitte? Bügeln. Bügeln, ja. Ja. Und jetzt ist es elf gegen elf. Elf Lämpchen für Manuela und Matthias und elf für Andrea und René. Und die nächste Frage ist für Manuela und Matthias, denn die haben gerade überbogen. Welche Augenblicke einer Hochzeit sollten unbedingt auf einem Foto festgehalten werden? Drei. Überleg auch gut, Andrea und René, drei. Und Andrea und René macht ihr vier. Nein, vier. Ihr überbietet also vier für Andrea und René. Die Frage ist für euch. Welche Augenblicke einer Hochzeit sollten unbedingt auf einem Foto festgehalten werden? Schwierig. Die Zeit läuft jetzt. Wo man sich die Ringe ansteckt. Ansteckende Ringe, ja. Der Kuss. Kuss auch. Äh, die Hochzeitsgesellschaft. Ja, Hochzeitsgesellschaft. Die Brauteltern. Nein. Ähm, wie der Vater die Braut zum Altar führt. Nein. Den, äh, das Ja-Wort. Das Ja-Wort, ja! Das war leichter, als ich gedacht hatte, als kamen wir aus der Pistole geschossen. Ihr hattet sogar noch Zeit und vier Lämpchen für Andrea und René. Und die führen jetzt mit 15 Lämpchen. Uh, nächste Frage für euch, Andrea und René. An welchen Freizeitsbeschäftigung der Männer nehmen die meisten Frauen nicht teil? An welchen Freizeitsbeschäftigung der Männer nehmen die meisten Frauen nicht teil? Was ist euer Einsatz? Ja? Fünf. Fünf. Oh la la. Das heißt, wenn das gelingt, habt ihr gewonnen. Und was machen Manuela und Matthias? Das ist jetzt... Überlieben nicht. Ihr passt? Ja. Du bist dir ganz sicher, Matthias? Ja, sechs ist vielleicht auch ganz schwierig. Also, dann könnt ihr nichts mehr machen, als nur hoffen, dass es da an der anderen Seite schief geht. Ja, wenn nicht. Und jetzt, Andrea und René, vielleicht die letzte Frage. Vielleicht gewinnt ihr jetzt schon. Ich wiederhole nochmal. An welchen Freizeitsbeschäftigung der Männer nehmen die meisten Frauen nicht teil? Bitte Ruhe im Saal. Die haben fünf gesagt und die Zeit läuft jetzt. Fußball spielen oder Fußball gucken? Startabende. Startabend. Kegelabend. Wie bitte? Kegelabend. Kegeltouren. Ähm. Sauftouren. Nein. Autoreparieren. Ja, Autoreparieren. Ich passe. Ähm, mit dem Computer arbeiten. Computerspielen. Noch eine. Ähm. Eine Antwort. Was basteln. Basteln, ja! Ja! Und dann kommen die Tränen sogar bei René. Die Gewinner können wir jetzt eigentlich noch kaum fassen. Wir lassen sie erstmal zu sich kommen, denn das Allerschönste, das kommt ja natürlich noch. Aber die Vizemeister können sich auch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Es muss noch gegolft werden und zwar um einen sehr tollen Preis. Aber auf dem Weg zum Golfspiel kommen wir, wie immer, am Hochzeitspavillon vorbei. Und da schauen wir mal rein. So. Und hier sieht es doch auch nach heiraten aus, oder? Es war ja so spannend auf der Torte Kopf am Kopf. Ja. Aber dann haben René und Andrea trotzdem gewonnen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was ihr ja sowieso gewonnen habt. Das sind eure ganz schönen Trauringe und natürlich für euch eine leckere Hochzeitstorte. Und wann wird eigentlich geheiratet? Schon am 13. Februar standesamtlich und am 15. kirchlich. Das ist also innerhalb von zwei Wochen schon. Und dann werdet ihr so schön aussehen. Was für ein Kleid. Findest du das schön, Matthias? Ja. Ja? Ach, wirklich super mit der Schleife da. Klasse. Wirklich ganz schön. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen Golf spielen. Ja? Ja. Nur so als Juxendollerei und wenn dann vielleicht ein Geländewagen abfällt. Ach, naja, warum nicht? Aber schauen wir uns erstmal das schöne Auto an. Unser Traumpaar kann sich in Zukunft in diesem Daihatsu Ferrosa auf den gemeinsamen Weg machen. Und wir sind uns sicher, dass die beiden damit jedes Hindernis meistern werden. Und wir sind uns sicher, dass die beiden damit eine neue Welt einsteht. Und wir sind uns sicher, dass die beiden damit eine neue Welt einsteht. miterleben, meine Damen und Herren. Bei diesem Golfspiel kann alles passieren. Vorige Woche beim ersten Schlag schon drin und vor zwei Wochen viermal voll daneben. Es ist schwierig, es ist reine Glückssache, aber ich habe das Gefühl, du machst es mit links, Matthias. Ich will es hoffen, ja. Und am Ende ist der Unterschied, ja, ein Gaspedal oder vier Pedale, also ein Auto oder ein Traumhochzeitstendon. Aber jetzt gebe ich dir den Schläger, nicht den Schlager, ich habe vorher Schlager gesagt, es ist Schläger. Hier ist der Schläger für dich und da ist der Golfball. Wirst du ihn noch küssen oder noch was sagen? Toi, toi, toi. Also jetzt Ruhe im Saal. Bernhard Langer hier muss sich konzentrieren. Uh, das war knapp. Aber einmal ist kein Mal. Jetzt ist der zweite Ball. Vielleicht ein wenig langsamer. Nicht zu viel. Oh, du machst es vielleicht spannend. Willst du ein wenig ruhen? Es ist entspannend. Entspannend. Sag mal, ich kann es. Ich kann es, ja. Willst du schauen oder nicht? Ich weiß gar nichts mehr. Oh, oh, la, 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 la. Na ja, dann der vierte. Habe ich auch mal gesehen in der ersten Show. Beim vierten Schlag erst. Also, es kann. Ach gut. Nur Mut. Das tut mir so leid. Das tut mir wirklich auch wirklich leid. Der Ball hat wahrscheinlich gedacht, ich bin unschuldig. Ich lasse mich nicht einlochen. Und jetzt stehen wir hier ohne Auto. Das Auto bleibt hier. Aber ihr habt einen wunderschönen Heiratsantrag auf Film. Ihr habt doch hoffentlich einen schönen Tag gehabt bei uns. Ja, sehr schön. Die ganze Verwandtschaft war dabei und die kommt bestimmt auch wieder in zwei Wochen. Und wir haben noch ein sehr schönes Traumhochzeitstandem für euch mit Johannes und Cito hier. Es ist viel gesünder. Es tut mir so leid. Also, Blumen für Manuela. Herzlichen Dank. Ihr könnt es versuchen, aber das ist ganz schwierig. Wir verabschieden uns jetzt und viel Glück am 14. Februar, 15. Februar. Und vielen Dank, Matthias und Manuela, meine Damen und Herren. Das sieht wirklich ganz schick aus in diesem, wie heißt das, Aubergine Spenser, heißt das? Ganz schön. Und ein Brautpokett für deine Andrea mit Rose Rosen. Das sind ihre Lieblingsblumen? Ja. Ja? Bist du gespannt, wie deine Braut aussieht? Ja. Wie denkst du, dass sie aussieht? Was für ein Kleid hat sie sich ausgesucht, denkst du? Auf jeden Fall ganz in weiß. Ja? Dann eine Schlappe, Scherpe hinten dran, eine Schleife. Das andere mal sehen. Das denkst du nur, hm? Ja. Sie hat dir nichts verraten? Nein, überhaupt nichts? Also, ich bin sicher, dass sie auch findet, dass du wahnsinnig aussieht. Aber jetzt spannen wir dich nicht länger auf die Pforte. Hier kommt deine Traumbraut. Ja. Ja. Ich bin sicher, dass sie auch nicht mehr auf die Pforte. Ja. 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 Du siehst so strahlend aus. Kannst du dich bitte hier stellen, damit wir alle sehen können, wie schön du aussiehst. Kannst du vielleicht ein wenig rumdrehen, denn die Rückseite ist auch so wahnsinnig schön. Schau mal, meine Damen und Herren. Oh lala, was für ein Kleid. Klasse. Schönlich. Super. Und jetzt sehe ich überall Tränen und ich bin auch zu nahm Wasser gebaut. Aber gut, ich habe noch eure Ringe hier, eure Trauringe, ganz schöne Trauringe und die braucht ihr natürlich im Rathaus. Also die sollst du ganz gut aufbewahren, René. Und wir haben natürlich auch für euch ein sehr schönes Traumhochzeitsgeschenk. Kannst du noch ein bisschen Nervenkitzel ertragen? Noch ein bisschen. Okay. Komm dann bitte mit mir. Dann kann ich zeichnen, was wir für euch haben da hinter den Vorhängen. Ach, du bist ja so schön. Tausenden von kleinen Perlen in diesem Kleid. Wirklich ganz, ganz schön. Aber jetzt lüften wir das Geheimnis, meine Damen und Herren. Bitteschön, euer Traumhochzeitsgeschenk. Ein komplettes Audio- und Video-Oxente von Grundnig. Schau mal, ein Riesenfernseher mit Traumhochzeitsch. Ach, ihr seid im Fernseher nach. Und hier ein toller Videorekorder mit Archivsystem und natürlich eine tolle Musikanlage. Bei der Preis ist heiß, macht man das dann so, ja? Auch für euch. Und natürlich haben wir auch für die beiden eine echte Traumhochzeitsrolle, den Aprilia Amico mit Katalysator. So ein romantisches Geschenk auch. Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass wir ins Rathaus gehen. Das ist doch das Schönste, nicht? Geht's noch? Noch, ja. Und dann geht sie euch gleich das Ja-Wort und den ersten standesamtlichen Kiss. Und das wollen wir alle sehen. Kommt bitte mit. Die Kraftmaschine Fiat Tipo 16V Na, nichts vergessen? Nö. Und das hier? Ach, danke. Aber meine Koloration brauche ich nicht. Für vier Wochen Urlaub? Ja. Verstehe ich nicht. Tja, weil du Brillanz nicht kennst. Damit bleibt meine Haarfarbe so schön wie am ersten Tag. Gut, dass ich das Tuch mit hatte. Auf dich kann man sich eben verlassen. Auf Brillanz offensichtlich auch. Deine Haarfarbe ist wirklich genauso brillant geblieben. Polycolor Brillanz. Für Farbbrillanz, die bleibt, wie sie ist. Pudding ist Pudding. Was soll bei Darnisahne schon anders sein, als bei meinen anderen Puttings? Darnisahne ist so cremig zart. Und nur Darnisahne hat den Schlag. Den Schlag echter Schlagsahne. Ich trifft den Schlag. Darnisahne schmeckt erste Sahne. Erstmal war ich also sehr, sehr skeptisch, weil ich normalerweise nur Tampons benutze. Dann entdeckte Nicole Okei eine Binde, die sich von normalen unterscheidet. Always Ultra Plus. Ich war bisher keine Bindenträgerin, aber die Always Plus könnte ich sogar meiner Freundin empfehlen. Die Flügel von der Always Plus sind auf jeden Fall ein Vorteil, weil die Binde bleibt da, wo sie hingehört. Die neue Always Ultra Plus hat eine angenehme, weiche Oberfläche, Dry Veve, die sich in Form von Flügeln ausbreitet. Sie kleben sie einfach um die Seiten ihres Slips, damit die Binde nicht verrutschen kann. Und durch Dry Veve und den Ultrakern hält die neue Always Ultra Plus ultra trocken und ultra sauber, auch an den Seiten. Die Leute, die die Binde entwickelt haben, die haben sich Gedanken gemacht. Die neue Always Ultra Plus, ultra trocken, ultra sauber und mit Sicherheit ein gutes Gefühl. Satina Reinigung Satina Pflege pH-neutral und frei von Konservierungsstoffen Satina Sonnensauber Windfrisch Visier Ultra Ja, Visier Ultra Visier Ultra zieht am Schmutz wie ein Magne Visier Ultra Sonnensauber Windfrisch Äußerst günstig Visier Ultra, äußerst günstig Größter Innenraum seiner Klasse Fiat Tipo Sonnensauber Insomus für den Winter Mord ist ihr Hobby. Am Montag um 20.15 Uhr bei RTL Plus. Am Montag um 20.15 Uhr bei RTL Plus. Bitte nehmen Sie Platz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie alle herzlich hier im Standesamt willkommen. Ganz besonders begrüße ich auch die Eltern von Andrea, die Eltern von René und natürlich alle Hochzeitsgäste. Auch heute hat es wieder Spaß gemacht, den Kandidaten bei den romantischen Liebesduetten und den spannenden Spielen zuzuschauen. Es ist schön, jetzt in die strahlenden Augen der Gewinner zu blicken, die sich ihren Sieg ja redlich verdient haben. Liebe Andrea, lieber René, seit Wochen oder sogar Monaten bereiten Sie beide sich auf den heutigen Tag vor. Der eine zunächst heimlich, der andere total überrascht, aber umso glücklicher. Ich glaube, spannender und aufregender erlebt diese Zeit kaum ein anderes Brautpaar. Und Sie, liebe Andrea und lieber René, haben heute den schönsten Preis gewonnen, den man sich wünschen kann. Sie haben einander für ihr Leben lang. Ich darf Sie nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben und sich die rechte Hand zu reichen. Ich frage Sie, liebe Andrea, ist es Ihr freier Entschluss, die Ehe einzugehen mit René Karsunke? Ja. Lieber René, ist es auch Ihr freier Wille, die Ehe zu schließen mit Andrea Melchior? Ja. Mit diesem Bekenntnis, das Sie beide soeben abgegeben haben, sind Sie fortan Mann und Frau. Stecken Sie sich nun Ihre Ringe an als äußeres Zeichen Ihrer festen Bindung. Ich bin froh, Ihnen, dem frisch gebackenen Paar, als erster gratulieren zu dürfen. Liebe Andrea, lieber René, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft. Mögen Sie ein Leben lang so glücklich sein, wie am heutigen Tag. Meinen herzlichen Glückwunsch auch an die Brauteltern. Meinen herzlichen Glückwunsch auch an die Brauteltern. Meinen herzlichen Glückwunsch auch an die Brauteltern. Ein Bräutigam, der genauso gerührt ist wie seine Braut. Und jetzt kann ich mir so gut vorstellen, dass du deine Mutter küssen willst und deinem Vater um den Haus fallen willst. Aber ich möchte auch noch so gerne erzählen, wohin die Hochzeitsreise geht. Also hier ist eine Vorschau auf eure Flütewochen. Traumhochzeit entführt unser Brautpaar nach Hongkong. Im Hotel Omni Marco Polo ist bereits die Honeymoon Suite für Sie reserviert. Doch bestimmt haben Sie in diesen zehn Tagen auch mal Zeit für eine Stadtrundfahrt, für Ausflüge nach Lantau und ins Spielerparadies Makao. Was sie während ihrer traumhaften Flitterwochen aber auf gar keinen Fall versäumen dürfen, ist das unvergessliche Candlelight Dinner auf einer romantischen Dschunke. Ich brauche nicht zu fragen, ob das gefällt, eine Hochzeitsreise nach Hongkong. Und jetzt kommen natürlich alle Gratuland und haben wir hier Champagne und wir machen ein Toast auf euer Glück, auf die Liebe und sehr viel Spaß heute Abend auf eurer Hochzeitsparty. Prost! Und meine Damen und Herren, ja, eine Traumhochzeit kommt selten alleine und nächste Woche können Sie wieder Zeuge sein bei RTL Plus. Bis dahin, auf die Liebe, da! Ja, danke! Das ist so wichtig. Das ist zugelegt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt Spiegel TV bei RTL Plus Es gibt einen Motor, der die Umwelt weniger belastet Der Bundesumweltminister nennt ihn, entsprechend dem Gesetz zur steuerlichen Förderung mit nachgeschaltetem Katalysator und Abgasrückführung, besonders schadstoffarm Wir nennen ihn kurz Mercedes Diesel Neu von Gammon Body Shampoo mit aufregendem Duft Mild Vitalisierend Verführerisch Verführen mit Duft Gammon in exklusiven Duftnoten Aha, heute Mittag mal ein Bier Zum Steak schmeckt mir Bier halt am besten Na schon, nur dein Atem Genießen Sie deshalb nach dem Essen Double Mint mit natürlicher Minze, doppelt frisch So gibt Double Mint natürlich frischen Atem Darum mit für natürlich frischen Atem Wir führen Gutes im Schilde, frisches Feltins Fast so günstig, aber ohne jedes Risiko Der Lada Samara Ab 11.790 Mark Er sieht wirklich gut aus Und ist doch absolut unauffällig Dass er den ganzen Tag an ihnen dran ist Werden sie nicht mal spüren Vielleicht haben sie schon von ihm gehört Balestra Der neue Slip von Schießer Mit BHW Da baust du dir ein tolles Haus Mit BHW Da sieht die Zukunft rosig aus Mit BHW Dann fann es sie noch gar nicht so schwer Denn BHW hat immer eine Idee mehr Mit BHW Allgemeine jetzt auch für Sie Auch in der guten alten Zeit Ass man gern mal einen Snack So zwischendurch Hallo, Hallöchen Ich brauch schnellen, schnellen Snack Schneller Snack? Das ist doch hier kein Schnellimbiss Hier ist alles noch hausgemacht So wie meine Haselnusstafeln Hm, meine Güte Ist das eine Köstlichkeit? Hm, wird ja auch mit Ruhe und Sorgfalt gemacht Und nur mit besten Zutaten Oho, was für ein Unterschied Eben hausgemacht Hanuta Heute noch so gut wie hausgemacht Gleich sehen Sie Wie ein völlig durchgefrorener Motor Selbst im dicksten Winter klarkommt Mit Esso Superdiesel Frostsicher bis minus 22 Grad Gut, dass es den Tiger gibt Manche glauben, ein Volvo ist schwerfällig Manche glauben, ein Volvo ist langsam Tja Und manche glauben, ein Volvo ist teuer Ja, so kann man sich irren Der Volvo 440 Jetzt informieren Colombo Am Dienstag um 20.15 Uhr Bei RTL Plus Das verkaufte Kind Tauzin um einen Jungen aus der dritten Welt Du gehst jetzt zu dem Mann oder der Mami Mülke Eine deutsche Karriere Training fürs letzte Gefecht Rechtsradikale in Südafrika machen mobil Junkie go home Wie Amsterdam erfolgreich gegen den Drogentod kämpft Guten Abend, meine Damen und Herren Wenn die Armen aus der armen Welt zu viele Kinder haben Und die Reichen aus der reichen Welt zu wenige Dann sorgt die Marktwirtschaft gelegentlich für Ausgleich Dann werden Babys aus der dritten Welt gekauft und verkauft Rund eine Million Säuglinge werden so pro Jahr weltweit umgesetzt Die Beteiligten haben dabei meistens ein lupenreines Gewissen Retten sie doch ein Kind vor dem heimischen Elend Manchmal allerdings verläuft das Geschäft nicht ganz so reibungslos Wie die Geschäftspartner sich das vorgestellt haben Britta Sandberg ist einem solchen Fall nachgegangen Vertreue bei den Anruf Das heißt, wenn es in der Anruf war wieder geht, dass du da bin Manchmal auf dem man die Schaden Währungsstätcher Die Beteiligten Die Beteiligten Vielen Dank.